Das Hotel bietet 21 Doppelzimmer und zwei Einzelzimmer zum Wohlfühlen. Früher beherbergte unser Traditionshaus adlige und hochrangige Persönlichkeiten. Heute fühlen sich in unseren restaurierten und liebevoll eingerichteten Zimmern Gäste aus aller Welt, Familien und Geschäftsreisen der Wohl. Erwachen Sie am schönsten Marktplatz Deutschlands. Untertitelung des ZDF, 2020 Nach einem ausgiebigen Frühstück erwartet Sie eine Stadt mit außergewöhnlichem kulturellen Angebot. Unser Adler Festsaal, ausgelegt für bis zu 60 Personen, ist die optimale Location für Festlichkeiten aller Art oder ausgestattet mit unserer modernen Technik auch für Tagungen. Lassen Sie sich verwöhnen mit traditionellen Köstlichkeiten, passend zu den erlesenen Biersorten der Haller Löwenbräu, sowie mit raffinierten Gerichten der gehobenen Küche. Die Räumlichkeiten des Gasthofes bieten Platz für bis zu 200 Personen. Stadtguthotel Goldener Adler Wohlfühlen am schönsten Marktplatz Deutschlands.